Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Ja, es geht los, beziehungsweise weiter, jetzt schon Folge 2 von der ersten Episode. Wir sind jetzt hier bei der Endercon angekommen und sollen, denke ich mal, zu unserem Stand gehen. Wir sind nämlich der Orden des Schweins und sind an Stand für den Flanenburg schon gewunken. Aber wir schauen uns doch erstmal hier so ein bisschen um. Hier ist eine Truhe. Hm. Nope. Nope, nix drin. Okay, okay. Da hinten ist ein Schild. Ansehen. Das ist ja ganz vorne. Stand 5. Hier ist Stand 5. Moment, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein hier. Hier der Latsch in der ersten Wartelung. Man, ich bin froh. Okay, Mann, ist das voll. Lass mich nicht hier durch. Stand 3. Okay, Stand 3. Nicht so viel los. Stand 1. Aha, aha, hi, grüß dich, hallo. Ja, cooli. Gut, hier können wir uns die einzelnen Stände anklubschen. Bevor wir das machen, gehen wir mal zu unserem Stand, würde ich sagen. Das ist nämlich Stand 5. Und da wollen wir hin. Ist das ein freaking Beacon? Sie haben ein freaking Beacon? Freaking Beacon? Das ist Stained Glas. Sie sind nicht nur ein Beacon. Sie sind ein Rheinbauer Beacon. Unser Design ist viel cooler. Das Lichtfeuer klingt beeindruckend. Keine Angst, wir schaffen es. Unser Design ist viel cooler. Ein gigantischer Endermann ist besser als ein feinliches Licht. Ja. Seine Difficulty-Score wird höher sein als unser totales Score. Wir haben etwas, das sie nicht haben. Feuerwerks. Feuerwerks. You should probably stop staring at them. Ha, ha, ha. Look, it's the order of the losers. Again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at Endercon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Lass ihn in Ruhe. Ruben ist kein Essen. Halt die Klapp, Idiot. Nein. Ruben ist kein Essen. Coulda fooled me. He looks delicious. That sounded like a weird compliment. You'll have to eat me first. Uh, let's hope it doesn't come to that. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Hey, Jesse. Guys. Hey, Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that Netherstar. Hey, Lucas. Not a problem. Help these tools. For the right price? I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No more feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make us about how cool our builds are. Bring dein Freund meinen Manieren bei. Möge das beste Team win. Careful what you wish for. We'll see about that. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Gabriel! Ocelot! 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 Die Kriegerkralle oder der Grifferriff oder der Erbauerfaustschlag. Das ist die Kriegerkralle. Kring! Yes. Läuft bei uns. And just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year the order of the pig can't lose. Mhmm. Let's do it. Building starts now. Auf geht's. Yo-hoo-hoo. Cool. Adelie. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh no. A fireworks dispenser. I'm so scared. You worry about your build and we'll worry about ours. Para geht's. Cool. Dad. Das ist ein geiler Enderman is. Wo sind denn alle hin? Und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Hier geht nichts. Yay! Das sieht so cool. Wir werden das für sicher gewinnen. Ich muss sagen, dieser Enderman ist süß. Good call, Jesse. Wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft. Gut, Mann! Was? No way. Es ist nur ein paar Died-Wolf. Woops. Oh nein! Ruben ist auf der Luft! Ruben, nein! Komm zurück! Er hat 8. Das Lava geht. Wir haben die Luft. Ruben wird verloren. Komm schon, hilf mir, Ruben zu finden. Bleibt hier, rettet die Maschinen. Nein, wir helfen Ruben. Scheiß auf die Maschinen. Ruben ist viel wichtiger. Wir sind gleich hinter dir. Alles klar, auf die Galoppi. Wir müssen ihn suchen. Ruben? Grunz, wenn du mich hören kannst, Ruben. Hufspuren. Eine Eiche. Ich sagte eine Eiche. An sie. Da ist wohl nix. Ich würde sagen, dann gehen wir mal lieber den Hufspuren nach, oder? Ruben, I don't want to be out here in the dark. Oh, Ruben. Hufspuren. These definitely belong to a pig. Hm. No way Ruben made these on his own. Hm. Okay, da hinten ist aber noch eine Karotti. Die nehmen wir mit. Hey Ruben. I got a carrot for you. Where are you buddy? Wir haben eine Karotte für dich, Ruben. Komm vorbei. Oh. Ruben, are you in there? Ui. Noch mehr Hufspuren und noch mehr Schweine. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Stupid pigs. Wir müssen Ruben rufen. Mit dem Rechtsklick können wir Ruben rufen. Answer me. Ruben. Was haben wir hier? Büsche. Ah. Ruben? Ruben, come here boy. Wo ist Ruben bloß? Ruben, it's getting scary out here. Ruben. Langsam habe ich die Büchse aber gestrichen voll. Ruben? Oh, was ist hier? Ruben? Ruben? Oh no, you in there, buddy? Oh jeez, please don't be toasted, Ruben. Pfff. Oh. Okay, Ruben konnte sich befreien. Pfff. Oh oh, da ist eine Höhle. Aber wollen wir da wirklich rein? Oder schauen wir uns erstmal weiter um? Ich gehe mal hier lang. Ich will mich erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Pfff. Ich höre ihn tatsächlich. Ich habe ihn gerade gehört, den Ruben. Da ist doch was. Hohes Gras. Gleich mal suchen gehen. Ich bin froh, dich zu sehen. Du steckst in größeren Schwierigkeiten, verschwinden wir hier. Ich bin froh, dich zu sehen. Oh, I'm so happy to see you. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Pui, pui. Lauf. Oh, crap. I think we made it. Ah. Gelähnt. Oh, ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich war nicht schnell genug. Jetzt gibt's Dresche. Oh. Get back. Stay behind me. I got you. Oh. Puff. Kaputt gehauen. Weiter geht's. Weiter geht's. Komm schon. Komm her, Leute. Roms, komm her. Buff. Und jetzt holen wir ihn. Nein. Bam. Und da war noch einer. Roms. Oh, der hat mir ein Leben abgezogen. Weiter. Ah. Roms. Und einmal treffen wir ihn noch. Jawohl. Aber das Schwert ist zerbrochen. Und eine Spinne. Lauf, ich lecke sie ab oder bleib nicht bei mir. Ich beschütze dich. Bleib nicht bei mir. Oh, oh. Oh, da ist noch eine Spinne. Runter von mir. Ah. Ja, 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 ja. Sie hat uns gerettet. Gehen wir in eine Höhle. Ich will eine Höhle. Nicht, dass das nicht ein wirklich cool, dimmlich litter Tunnel ist, aber wie weit weg ist diese Sache, die du mir zeigen willst? Beide, Jesse. Du willst nicht eine Reputation als ein Wimp. Das ist nicht mein erstes Mal in eine cave, Petra. Ja, aber hast du nie gesehen eine Wither-Skull gesehen? Whoa! Fresh from the Nether. You're the first person I've showed it to. Du warst im Nether? So, you'd better appreciate this. You risked your life for that dusty old skull? Oh, I risked my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull. There's this guy I'm meeting up with an Endercon. He's gonna trade me a diamond for it. Yeah, Leute. Und ich würde sagen, wie es weitergeht mit dieser Konversation und mit der Geschichte, sehen wir in der nächsten Folge. Also, Leute. Macht's gut. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Game immer noch so feiert wie ich. Ich bin nach wie vor hin und weg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Ciao.